Was geht ab Leute Sane ist wieder da und zwar mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 961 mit dem wunderschönen Titel Der Berggott Vorfall. Auf der Coverpage sehen wir Vito und Goti wie sie weiterhin auf der Suche nach Lola ein paar Typen auf dem Boden begegnen die zuallererst danach aussehen als wären sie irgendwie erschlagen worden. Aber das Makabere an der Sache sie haben überall irgendwelche Kussspuren. Ist Lola momentan in Dressrosa unterwegs und küsst einfach mal jeden Mann auf der Suche nach ihrem Ehemann. Der riesige Eber der sogenannte Berggott greift Wano Kuni an. Oden schnappt sich währenddessen das kleine Schweinchen also den kleinen Sohn vom Berggott während das Schwein sich einfach durch Wano Kuni frisst. Er frisst einfach komplett jedes Haus und jeden Menschen den er trifft. Dann kommt plötzlich derjenige der das kleine weiße Schwein zuallererst also vor Kinemon entführt hat und spricht zu Kinemon und sagt dass das riesige Berggott nicht nur die anderen Leute und Häuser gefressen hat, nein sogar auch Otsuru wurde vom Berggott gefressen. Daraufhin rastet Kinemon komplett aus, rennt auf den Berggott zu und packt sein Schwert aus, springt in die Luft und möchte ihn mit einem Hieb zerlegen und dann macht es einfach nur... Naja er hat dem Berggott immerhin eine kleine klaffende Wunde zugefügt aber irgendwie macht das nicht allzu viel aus und der Berggott schüttelt Kinemon einfach ab und der geht einfach sofort K.O. Plötzlich taucht Oden mit dem kleinen weißen Schwein auf und alle Leute glauben, dass Oden mal wieder schuld daran ist, dass so ein Desaster in Wano Kuni passiert. Er hält das Schwein vor dem riesigen Berggott und sagt, hey war das nicht das was du haben wolltest? Plötzlich zückt Oden seine zwei Schwerter und sagt, Oden Zwei-Schwerter-Stil. Und diese Szene hat mich ziemlich daran erinnert, als wir damals im Kapitel, ich weiß es nicht mehr, ist auf jeden Fall schon relativ am Anfang von Wano Kuni gewesen, haben wir ja gesehen, wie einem von Kaido diese Schlangenbraut eine Schulklasse unterrichtet und die hypen ja alle total Orochi und eines von diesen Kindern hatte ja so zwei Lineale in der Hand und hat geschrien, Orochi Zwei-Schwerter-Stil. Irgendwie kommt es mir so langsam vor, als würde Orochi Oden so ein bisschen nachahmen, denn das ganze sah sich schon extrem ähnlich. Auf jeden Fall greift Oden den Berggott an mit einer Attacke, die er nennt Paradise Fall und zerschneidet das Schwein einfach mal horizontal in zwei Teile. Und daran sehen wir einfach mal wie gut Oden im Umgang mit den zwei Schwertern ist und vor allem mit Enma. Wir wissen ja wie brutal Enma zu führen ist, haben wir ja bei Zorro gesehen, der so sichtlich am Anfang seine kleinen Problemchen damit hatte es zu handeln und Oden war damals erst 18 Jahre alt und konnte es wohl schon perfekt meistern. Zur Überraschung aller haben innerhalb des Schweinemagens alle Leute überlebt. Wahrscheinlich war einfach nur nicht genug Zeit, dass diese verdaut worden sind, wobei die sicherlich trotzdem durch den Magentakt hätten sterben müssen, aber naja gut, es muss ja jetzt nicht unbedingt anatomisch alles so korrekt sein. Die Leute denken ja, dass Oden eben für diesen Vorfall verantwortlich ist und Kinemon möchte eigentlich erzählen, dass er der Schuldige ist und nicht Oden. Doch Oden schlägt ihn einfach K.O. mit dem einfachen Satz. Das würde ja sowieso nichts ändern. Die Leute hassen mich eh und komm, ein tragischer Vorfall mehr auf meiner Liste macht jetzt auch nicht mehr so viel aus. Auf jeden Fall sind Kinemon und auch Denjiro sowas von beeindruckt von Oden, dass sie Oden einfach folgen möchten. Auch die anderen Leute, die alle drumherum standen und eigentlich Oden die Schuld geben, müssten zugeben, dass das Ganze schon extrem badassig war von Oden und sie hadeln so momentan, sollen sie ihn jetzt anschreien und die Schuld geben oder sollen sie sagen, Boah Oden, du bist so verdammt cool, ich würde auch gerne mit dir mitgehen. Hmm, naja gut. Oden bekommt währenddessen endlich mal die Nachricht, dass er eben enterbt und verbannt worden ist aus der Hauptstadt. Und ganz ehrlich, Oden interessiert es nicht, das ist eh das, was er letzten Endes wollte, denn jetzt kann er frei machen, was er will, ohne irgendwelche Zwänge oder Bindungen. Und dies Ganze tut Oden auch gleich. Er geht in die Stadt, in, glaub Hakumai war das, wo Lord Yasui regiert. Er möchte seinen Onkel besuchen oder was auch immer, der da letzten Endes machen möchte, vielleicht auch einfach nur übernachten. Und daraufhin sieht er einen kleinen Diener von Yasui, der sich gleich mal auf den Boden wirft und sagt, oh, Lord Oden und so, tretet auf mich drauf, denn tappt er nicht auf die Pfütze. Und dieser kleine Diener ist niemand anderes als Orochi. Scheinbar hat Lord Yasui einen kleinen Jungen, der auf der Straße lebte, aufgesammelt und dieser kleine Junge war eben Orochi. Da stellt sich jetzt echt die Frage, wie wurde aus dem Diener Orochi jetzt der Shogun Orochi? Was ist da passiert? Also irgendwie ist es alles sehr, sehr, sehr seltsam. Naja, was ich auch noch anbringen möchte, wozu ich auch bald ein paar Videos raushauen werde und zwar diese ganze Geschichte mit Oden hier, dass er irgendwie zwei Hasen gefangen hat und mit zwei Jahren, mit vier Jahren hat er einen Bären erlegt, dann hat er irgendwie hier seinen Harem aufgemacht und so weiter und so fort. Und jetzt das auch mit dem hier mit dem riesigen Schwein. Das Ganze erinnert sehr stark an die Heldentaten von Herkules. Vielleicht kennt ihr es vielleicht nicht, wenn nicht, dann googelt es auch einfach mal oder wartet auf meine Videos, da werde ich es euch genauer erklären nächste Woche. Und zwar gab es die zwölf Heldentaten von Herkules. Dort hat er zwölf Heldentaten begangen, wie zum Beispiel er hat die Hydra besiegt, was ja ziemlich stark an Orochi anlehnt. Oder er hat auch einen riesigen Eber erlegt, was wir jetzt im letzten Kapitel gesehen haben. Er hat einen Fluss umgelenkt, was er ja auch gemacht hat damals. Das Ganze ähnelte doch schon sehr, sehr stark an die zwölf Heldentaten von Herkules. Und bei einer dieser Heldentaten ist mir ganz speziell etwas und eine wunderschöne Theorie eingefallen. Ich möchte euch noch nicht zu viel spoilern, aber es hat mit Amazon Lily zu tun. Wartet auf die Videos, werden voraussichtlich irgendwann nächste Woche erscheinen. Auf jeden Fall war das jetzt das Kapitel, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und einen kleinen Klick auf den Abo Button. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein, bis bald. Ciao.